47 Arbeiter bauen einen Eisenbahndamm. Der Damm wächst täglich um 12 Meter und zwar bei einer Arbeitszeit von 8 Stunden. Um wie viele Meter mehr würde der Damm wachsen, wenn 63 Arbeiter bei einer Arbeitszeit von 9 Stunden daran arbeiten würden? Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 144 und ich glaube, das lässt sich durch zwölf teilen. Jetzt kommen wieder irgendwelche komischen Hexer-Dizimal-Nerds um die Ecke oder sowas. Ähm, hier mit Dennis und Renk, hallo, hi! Warum ist das mit Hexer-Dizimal-Zählen so geil? Ich habe das nie verstanden. Was soll das? Was bringt mir das, Dennis? Erklär mir das. Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin Realschüler. Ja, aber das ist auch irgendwas mit Programmieren, dachte ich immer. Hat das auch zu tun. Da gibt es sowas, wo man... Ich bin aber auch kein Informatiker. Sondern? Das stimmt doch gar nicht. Du bist auf dem zweiten Bildungsweg, hast du doch eine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Weißt du, was ich da gelernt habe? Den Müll zu trennen. Ja, aber trotzdem. Du hast einen Abschluss, du bist Informatiker. Staatlich geprüft. Abschluss. Nein, IHK geprüft. Das ist gar nicht staatlich geprüft. Das ist alles freie Wirtschaft. Ja, aber Moment mal. Die Handelskammern werden ja bald Anstalten öffentlichen Rechts. Wirklich? Ich meine schon. Warte mal. Das müssen wir direkt googeln. Das sind doch jetzt schon Körperschaften, oder? Ja, Moment, warte mal. Irgendwas wird doch... Ah, Moment. Wie war das denn noch? Irgendwas von diesen Handelskammern... Ne, Handwerkskammern ist schon immer. Ja, es ist eine Anstalten öffentlichen Rechts, klar. Handelskammern auch? Natürlich. Das ist ja per Gesetz gegründet. Ach nee, weißt du was? Nee, ich weiß, pass auf. Und zwar der Deutsche Industrie- und Handelskammer-Tag, also der Spitzenverband... Ja, das ist wahrscheinlich die GbR. Der wird eine Anstalt... Ich glaube, das ist ein Verein, oder ich weiß es immer nicht genau. Der wird auf jeden Fall eine Anstalt öffentlichen Rechts. Der AOK-Bundesvorstand, der ist eine GbR zum Beispiel. Der AOK-Bundesvorstand... Ach so, weil der die verschiedenen AOK-An... Genau. Also AOK, ich verstehe. Nee, also der Deutsche Industrie- und Handelskammer-Tag wird, glaube ich, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und die haben auch so ganz lustige Sonderaufgaben, nehmen die tatsächlich wahr. Auch so halbstaatlicher Art. Die sind nämlich Bürgen für so internationale Übereinkommen. Okay. Also wenn du jetzt hingehst... Ja. Ja. Und du willst zum Beispiel als... Du bist begnadeter Violinist, wie wir alle wissen. Ja? Bin ich das? Ja, okay. Ja, tu ich mal. Ja, bist du. Genau. Und dann gehst du mit deiner One-Man-Show, tingelst du durch die Welt. Ja. So. Und dann machst du natürlich... Brauchst du deine Violine, ja. Ja. Und dann kannst du dir, anstatt immer wieder, ähm, die immer wieder überall anzumelden, kann man sich so ein Kané holen. Also so eine... Das ist so... Also französisch und heißt sowas wie Zollerklärung, glaube ich. Äh. Und dieses Kané-Verfahren, da haben dann ganz viele... Ganz viele Staaten sind da drin. EU sowieso, aber auch USA und keine Ahnung was. Und dann kannst du immer sagen, guck mal hier, ich hab hier meinen Kané, äh, an der Violine dran. Ich darf jetzt damit einreisen. Und dann sagen, ja, das kenn ich. Dankeschön. Und damit du aber damit keinen Schindluder treibst und die Sache zum Beispiel dann verkaufst in den USA, das kann ja sein, dass du das machst, und dann, das darfst du nur dann da benutzen und musst es dann wieder mit rausnehmen. Wenn du es aber da verkaufst und richtig fett Kohle einstreichst für deine teure Violine, wollen ja vielleicht die USA dann Zoll von dir haben. Den kannst du aber gar nicht zahlen, weil du nämlich einfach nur ein Straßenmusiker bist in Wirklichkeit. Und dann kriegen die nichts aus dir rausgepresst. Und dann übernimmt der DIHK für dich die Zeche. Dafür zahlst du eine Gebühr für dieses Kané, wenn du das bei dir ausstellen lässt. Wild. Wie macht man eigentlich aus einem EV eine Anstalt öffentlich rechts, die irgendwie privat... Das hört sich nach richtigem Clusterfuck an. Und wenn da irgendjemand klageberechtigt wäre, das wäre alles um die Ohren geflogen, ist dann nur halt keiner Klage berechtigt. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es genauso sein. Weil der EV wird sich sicher damit nicht gewehrt haben, mit Händen und Füßen dagegen. So. Naja. Verstehe. Wo sind wir denn eigentlich hier heute? Aber es ist nicht unsere erste Folge in diesem Jahr, oder? Nein. Nee, ich glaube nicht. Aber wir hatten ja die lange Pause. Ja. Wir hatten ja die lange Pause. Und wir haben einiges vor. Denn es ist jetzt schon meteorologischer Frühlingsanfang, ist schon gewesen. Es ist der dritte März. Es ist kalt aber heute gewesen. AndyCast Transparenz Offensive. Es ist der dritte März, an dem wir heute aufnehmen. Wir wollten eigentlich schon wochenlang aufnehmen. Es kam immer wieder was dazwischen. Und wir hatten ja hier unser großes Dschungelcamp, stell dich ein. Ja. Wie jedes Jahr. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. In der Tat. Und dann haben wir währenddessen gar nicht aufgenommen und danach sind wir irgendwie nicht dazugekommen. Aber jetzt sind wir wieder, ich glaube, wir müssten vorher schon eine Folge aufgenommen haben. Ja. Was hast du nur so in der Zwischenzeit getrieben? Ach, Moment. Ich muss ja Lose für dich werben. Ich mach mal Lose und du erzählst, ja? Ja, Lose ist halt ein gutes Spiel. Es war wieder Fußball. Es ist wieder, am laufenden Band waren die Fußballspiele. Weil unser kleiner Verein aus dem Wald, aus Kürbenig mit C. Der hat ja Europäisch gespielt und ist weitergekommen sogar. Deswegen klickst du mir da jetzt gerade Lose. Aber es geht nach Anderlech. Die Anderlech, ja. Eine kleine Stadt in der Metropolregion Brüssel. Noch Belgien. Genau. Und Brüssel ist nämlich auch ein ganz absurdes Konstrukt, weil das ja eigentlich irgendwie so ein Bezirk ist. Und dann gibt es auch irgendwie Brüssel in Brüssel und dann diverse andere Städte drumherum. Ja, es ist so wie London, das ja keine Stadt ist, sondern eine Zusammenfassung. Innerhalb von London gibt es halt zwei Städte. Und dann so Burroughs. Ja, richtig beschissen. Richtiger Clusterfuck. Aber die auf der Insel haben auch keine geschriebene Verfassung, sondern gucken in den Kaffee in den Teesatz. Und da ist kein Gesetz gültig, wenn es nicht auf Schafshaut abgepaust wurde. Von daher, bekloppt. Das mit der Schafshaut stimmt sogar. Es gab mal wochenlang einen Mangel und sie konnten keine Gesetze verkünden. Was für ein beklopptes Land einfach gleichzeitig im Hier und Jetzt und gleichzeitig im 16. Jahrhundert. Moment, die haben doch auch irgendwie, wie heißt das denn noch, was die auch immer haben müssen. Da gibt es ja auch noch so ein... Ja, dass der König da unterzeichnen muss, das ist ja klar. Dafür haben wir ja hier unseren Bundespräsi. Der macht das ja auch. Der alte Stempeldrucker. Moment, muss ich hier mal... Nee, aber es gibt ja auch dieses Red Tape irgendwie bei denen, was dann ja zum Synonym für Bürokratie geworden ist. Aha. Weil das nämlich irgendwie immer an die Gesetze ran muss oder so. Oh Gott, ja. Ich bin ja perfekt vorbereitet hier. Origins. It is generally believed that the term originated with the Spanish administration of Charles V. Äh, bla bla. Ach, der hat Red Tape benutzt, um irgendwie die... Ach, irgendwas. Keine Ahnung. Lest es halt selber nach. Ist auch scheißegal. Der Punkt war... Kacki Flies Podcast. Union spielt in Europa die Härterlicht im Bett. Darüber wollten wir gerade reden. Darüber wollten wir reden. Genau. Und gleichzeitig habe ich viel Arbeit zu tun gehabt. Wir hatten Dschungel-Podcast. Ich mache sowas wie einen Führerschein gerade. Hat auch ein bisschen Zeit gefressen. Hm, na, guck mal an. So. Ich, äh... Wie läuft's denn so beim Führerschein? Erzähl mal. Was ist da los? Ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte nicht darüber reden. Das ist, äh... Ich sag nur, ich war schon im vierten Gang. Oh, oh. Wie viel Gänge hat... Entschuldigung, ich muss mal kurz... Ähm, den Mund ein bisschen. Wie viel Gänge hat denn das Auto? Äh, ich glaube sogar sechs tatsächlich. Es ist sehr gut, dass du es nicht weißt. Es ist echt... Das ist schön. Ich habe heute herausgefunden, wo dieses Auto endet. Das reicht mir schon an Informationen. Ach, bist du irgendwo gegen gefahren? Nein. Geil. Aber das zum Glück nicht. Also, ey, was denn? Es ist... Ja. Das ist... Die Knöllchen kassiert eh der Fahrlehrer. Von daher... Ähm... Ne. Es ist, äh... Ich, äh... Mir wurde einfach nur heute ein bisschen beigebracht, wo ich achten muss, wenn ich rückwärts einparke. So. Und so ein Kram halt habe ich jetzt gemacht in letzter Zeit. Deswegen bin ich nicht zum Podcast gekommen. Du ja scheinbar auch nicht, weil du warst damit beschäftigt, auch zu existieren. Das stimmt. Ich habe... Das habe ich auch bisher ganz gut geschafft. Ja. Möchte ich sagen. Habe einen Los schon für dich eingeworfen, denn... Sehr gut. Du bist gesidetracked. Du musst doch erzählen, wozu ist denn das Los jetzt? Achso, den hast du schon erzählt. Ja. Aber Union hat Ajax rausgeschmissen. Wir waren auch in Amsterdam. Das stimmt. Denn jetzt magst du mal erzählen, was für eine tolle Stadion-Experience du in Amsterdam hattest. Wir haben... Wir hatten keine Gäste tickt, sondern sind tatsächlich im... Neutraler Block ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir waren im Heimbereich. In Amsterdam gibt es keinen neutralen Bereich. Wahrscheinlich im VIP-Bereich oder so. Und... Deutsche sind im niederländischen Fußball nicht gerne gesehen, so insgesamt. Es ist nicht so ganz so schlimm in Amsterdam, wie es in Rotterdam war, wo man in Rotterdam niemals den Mund aufmachen sollte und weil man einfach nur schuldig blöd Kuchen auf die Fresse bekommen hat. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das war schon einigermaßen human. Wenn man da jetzt irgendwie nicht böse, nicht doof aufgefallen ist, dann ist man da schon ganz gut durchgekommen. Im Stadion selber ist, glaube ich, dann nicht so cool. Ja. Überall. Aber so ganz generell ist nicht so schlimm. Genau. Deswegen war unsere Strategie Fresse halten. Du und die eine verwandte Person haben sich entschieden, in einer niederländisch klingenden Sprache zu sprechen, in Platt. Naja, also der Kenner weiß schon, das ist kein niederländisch. Aber es klingt halt irgendwie so komisch, dass wir die Hoffnung hatten, die Leute denken, wir wären halt irgendwie aus der Provinz im Gewolltrottel, aus Westfriesland. Ich musste dagegen schweigen, weil die Person, die neben mir saß, war fest davon überzeugt, dass ich Berliner sei und mich tatsächlich mit Argos Augen beobachte, dass ich irgendwas Falsches tue, bei der falschen Mannschaft zujubel, irgendwie falsch reagiere, nicht an derselben Stelle meckere wie der Rest des Stadions. Und davon so fest überzeugt war, auch seinen Nachbarn das erzählt, also seine drei, zwei anderen Leute, die waren, die waren aber, dem war das so richtig egal und der ist immer wahnsinniger geworden, ist irgendwann aufgestanden, hat sich immer noch mehr Essen zugeholt, der war auf irgendeinem Trip auf jeden Fall und in der 82. Minute ist er auch wirklich dann gegangen und dann war ich ein bisschen relieved tatsächlich, weil ich hatte echt die Sorge, ich konnte den halt null einschätzen, weil es gab ja ein paar andere Unionerinnen in diesem Block, die dann mal laut gejubelt haben bei einem zurückgenommenen Tor und die haben Bierbecher abbekommen. Also einen Block weiter und die haben halt auch lustigerweise nach dem Tor sind die einfach stehen geblieben, weil bei Union steht man ja im Stadion, das hat man in Amsterdam auch gemacht, das war irgendwie schon ganz witzig, aber das war halt so eine, ich meine, das war so eine, sag ich mal, Provokation, da gab es dann schon ein bisschen Ärger, aber da hat sich jetzt auch keiner geprügelt insofern, glaube ich, ist das irgendwie schon okay. Also es gab nie das Bedürfnis, wahrscheinlich hätten wir, wenn wir die Ordner angesprochen hätten, hätten die uns wahrscheinlich in den Gästenblock begleitet oder so, wenn es da wirklich so hart gekauft gekommen wäre, aber da war nichts, da war nichts los, aber der Typ neben mir war einfach nicht einzuschätzen, dass der nicht, sobald ich mich da oute, sofort das Maul aufreißt und das auch versucht, allen anderen Reihen klarzumachen, dass hier Berliner sitzen würde. Auf der anderen Seite unserer kleinen, sorry, also auf der anderen Seite unserer kleinen Reisegruppe saßen zwei Jungs, die kamen ein bisschen zu spät, irgendwie mit dem überhetzten Vater von einem von beiden, glaube ich, an oder waren es Brüder, ich weiß nicht so genau und haben dann erstmal auf Niederländisch gefragt, ob es denn eine Choreo gab oder so und dann haben die auch rumgerätselt, ob denn die Frau neben ihnen jetzt wohl Ajax-Fan sei oder nicht und dann sind die aber wohl am Ende zum Schluss gekommen, die kann zwar nur Englisch, aber wahrscheinlich sind sie doch Ajax-Fan. Aha. War ganz lustig. Ja. Wie fandst du denn, also wir mussten sehr, sehr viel, wie ich, sehr, sehr viel Geld für diese Scheiß-Tickets bezahlen, das war ein bisschen absurd, aber wie fandst du denn das Stadion-Catering? Ich bin ja tatsächlich großer Fan von diesen absurden Stadion-Caterings, ich bin ja auch großer Fan von diesem Twitter-Account, Football-Scan, Scran, Scran, sorry, Scran, ist ja so ein englischer Begriff für so Snack, Fraß, so ein bisschen und da sind so... Geiles Fressen. Geiles Fressen und da wird es uns fotografiert und dann werden die Leute gefragt, Scran, Scran or Nosecran, ähm, genau. Und das ist absurder Scheiß und was immer die Leute komplett eklig finden, ist immer wenn irgendwie, äh, Erbsenbrei kommt von den Engländern, ich hab, ich weiß nicht, was haben die Leute gegen Erbsenbrei, ich find Erbsen geil, aber das Internet kriegt dann sofort, äh, Ausschlag dafür, so. Ähm, also das einzig Eklige ist, wenn irgendwie die Wurstfinger von deren König mal wieder gezeigt werden, das ist absurd, hast du mal deine Finger gesehen? Ich, ähm, also es gab natürlich, gab's die unausweichliche Frikandel da und die war auch gar nicht so, also war schon recht, also das große Bier, glaube ich, 7 Euro gekostet oder so, oder 7,25, ist schon ein bisschen teuer, waren aber, glaube ich, auch 600 Milliliter oder so, war, glaube ich, nicht, oder 550, wirkte ziemlich groß jedenfalls. Deutsches Eichgesetz, dass uns die Normverpackungen genommen wurden. Oh, das ist, hör bloß auf, wir regen uns später noch über die FDP auf, aber da krieg ich jetzt heute noch Anfälle, dass die Schokolade nicht mehr 100 Gramm haben muss. Hass, purer Hass. Jedenfalls gab's eine Frikandel für 4,25 und die war ganz okay, die war wirklich ganz okay. Ja, hab ich, ich hab, ich hab zwei gegessen sogar. Waren die denn vegan? Die waren nicht vegan, nein. Also, ich weiß nicht, was drin war, aber ich vermute mal, die waren nicht vegan. Ja, aber du kannst es ja noch hoffen. Ne, und es gab auch so einen kleinen Asiastand, da gab's irgendwie auch so Asianudeln und ich hatte Frühlingsrollen, die waren vegan, tatsächlich. Äh, es gab auch noch Burger auf jeden Fall, hab ich gesehen. Äh, auf der anderen Seite im Gästeblog wurde erzählt, gab es irgendwie Pizzastücke oder Pizza. Ähm, da gab es auch wohl Wodka-Mische, irgendein Getränk mit Wodka. Ja, ja, das war richtig crazy. Äh, aber, ja, wurde ausgeschenkt. Also, dafür, dass... Ja, Gästeblog, dann gibt's da irgendwie Alkoholfrei oder so. Ne, 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 da gab's schon ordentlich Bier, ganz normal, aber dann halt auch eben so Wodka-Mix-Getränke zu kaufen, wo man sich denkt, okay, bin ich jetzt irgendwie in einer Dorfdisco gelandet, aber doch bei Ajax im Stadion. Naja, Dorfdisco... Musikmischung. Ja, die, also, die Musik passt zur Dorfdisco. Dieser, dieser Holland-Gabba, so hab ich das gelernt, heißt das ja, furchterlich. Aber das war eine Mischung. Also, in Rotterdam war das ja wirklich nur dieser, dieser, dieser richtig gammelige Scheiß-Techno. Ähm... Aber das war dann hier in Amsterdam gemischt mit so holländischen Schlagern und Volksmusik. Der war ganz angenehm, vor allem, weil das Stadion da plötzlich auch wach wurde. Ja, das hat mich so ein bisschen an Schalke erinnert irgendwie. Ja. Aber ich fand das ganz sympatisch. Das war, es ist, das Stadion selber, muss man sich mal, soll man sich auf Bilder gucken, ist so eine Mischung aus dem Sarkophag von Tschernobyl und so einem Spaceport. Also, wir sind so außen lang geführt, sind dann Treppen hoch, sind dann in so einer Röhre, in so einer Rolltreppe, Rolltreppenröhre an dem Stadion hochgefahren. Ähm... Ganz wild tatsächlich. Es, äh... Ja, genau, man geht so von außen irgendwie rein und befindet sich dann direkt am Umlauf. Aber man kann immer nur so, also, ja, es ist ganz komisch. Und wenn du so, ich glaube, wenn du günstigere Plätze hast, dann musst du doch durch so eine Art Mall reingehen, kann das sein. Das war nämlich, glaube ich, eher so die Hintertore-Sektion. Wir saßen so ein bisschen, ähm, an der Seite, also nicht eher so auf Höhe 16 Meter Raum ungefähr. Ähm, ich glaube, wenn du hinterm Tor saßt, musstest du doch so durch so ein Mall-Konstrukt gehen, damit nochmal die letzten Euros rausgequetscht werden. Die Preise fand ich, ähm, Quatsch, die Preise, die Stimmung fand ich ein bisschen eigenartig. Denn es gibt da ja auch so eine Ultraszene und so und Dauergesang und so, klar, aber das war wirklich sehr klein, muss ich sagen. Das waren nicht viele Leute, ne? Ja. Das war überschaubar tatsächlich. Äh, aber es war insgesamt, also ich fand es eine nette Experience, ich hätte mich gerne dabei unterhalten und dich nicht irgendwie, dich quasi bewusst dir nicht Antworten geben. Das habe ich halt getan, weil ich da irgendwie nicht verrächtig kommen wollte. Äh, aber sonst, äh, fand ich es ganz angenehm, äh, dass das einzige Problem war, weil das halt die Menschenmassen, die dann zurückkamen, durch diese eine Bahnstation gehen mussten und ich mich dabei, konnte ich mich nicht einchecken ordentlich und als ich quasi dann drei Stationen weiter ausgescheckt wurde, wurde mir der Mindestbetrag von vier Euro abgenommen statt 1,75 Euro für die Fahrt. Ah, okay, aber stimmt, du hattest ja auch diese komische, ähm, Dauerfahrt. Ich hatte ja so ein 72-Stunden-Ticket und deshalb war das ja egal. Bei mir hat er nur kurz einen Fehler angezeigt, aber dann hat er sich irgendwie wieder berappelt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, genau. Und ich habe gelernt, ich bin dann noch Fahrrad gefahren in Holland, in Niederland, in Amsterdam und da gibt es diese OV-Feeds, also so ein Leihsystem der Niederländischen Bahn. Äh, wenn man das an einer anderen Station abgibt, kostet das 10 Euro pro Rad. Oh Gott. Man lernt dazu. Sonst sind sie preiswert irgendwie 4,50 Euro pro Tag. Also 4,50 Euro für die ersten. Das ist ja völlig okay. Genau, vollkommen super. 24 Stunden 4,50 Euro, geil. Die Fahrräder sind da so Hollandräder, die haben irgendwie nur Rücktrittbremse, irgendwie was man in Deutschland nicht zulassen könnte, aber egal. War ganz angenehm. Die Infrastruktur, boah, war das ein Traum. Ich hatte, glaube ich, nur auf einer großen Ausgangsschale tatsächlich nur so was wie einen Schutzstreifen mit so ein bisschen Farbe, was man hier in Deutschland ja als das Nunplusultra der Verkehrsinfrastruktur einem verkaufen würde. Ich hatte überall sauber getrennte, baulich getrennte Fahrbahnen. Ich bin nie in Konflikt mit irgendwelchen anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Und wenn es Konfliktsituationen gab, waren die sauber mit Ampeln geregelt. Es war allen klar, wo sie hin... Sehr viele Ampeln, muss man sagen. Sehr viele Ampeln. Sehr viele Ampeln. Wenn du auf eine Ampel gedrückt hast, kamst du relativ schnell weiter. Es hat dann scheinbar eine Prio für Radfahrende und Fußgehende Autos. Unser Hotel war ja schon etwas weiter draußen. Selbst dort an dieser Ausfallstraße war eine Spur und die andere Spur war richtig fett Radfahr. Es war richtig fett. Also das war wie so eine Schnellstraße für Fahrräder nach draußen und dann in Richtung Stadtkehren. Es war absurd, wie gut diese Infrastruktur ist und es hat mir wirklich Spaß aus Radfahrern gemacht. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass ich hier in Berlin wohne, wo man vielleicht hoffen kann, irgendwann mal so in 40 Jahren. Kommen wir gleich noch zu. So viel Foreshadowing würde man das nennen, wenn es ein Film wäre, Dennis. Aber so weit sind wir nicht. Ich habe ein bisschen Durst vielleicht, Dennis. Ein bisschen Durst. Hast du eigentlich meine Lose jetzt eingeworfen überhaupt? Ja, habe ich alle eingeworfen jetzt, alle drei. Dann darfst du jetzt trinken auch. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich war natürlich mal wieder bei Getränke Hoffmann, keine Werbung. Leider. Und habe mir einen Kasten Bier bestellt, den es nicht im Standardsortiment gibt. Natürlich nicht. Und der ist tatsächlich angekommen. Man kann einfach da hingehen und einfach sagen, ich hatte folgendes Getränk, den Kasten davon. Und dann kümmern die sich darum? Ja, die gucken dann halt in ihrem komischen Bestellsystem. Und wenn die das da bestellen können beim Großhändler, dann kriegt man das. Ach, wie geil. Ja, also jedenfalls trinke ich davon jetzt zum Wochenende ein schönes Gutmann Hefeweizen. Ein sehr, sehr leckeres Weizenbier. Tatsächlich habe ich das mal 2013 oder 2014 auf diesem Berlin-Bier-Festival. Gibt es das eigentlich noch auf dem RWE-Gelände? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gab es mal. Gab es mal. Und ich meine nicht diese Biermeile, sondern so ein bisschen Webster-mäßigeres. Aber da hat halt auch diese komische bayerische Brauerei Gutmann einen Stand. Und dann habe ich da ein Hefeweizenbier getrunken. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und Dennis, Achtung, für dich ist auch was dabei. Denn weißt du, wo diese kleine bayerische Brauerei Gutmann, wo die residiert? Wo die herkommt? Weiß ich nicht. Bei München irgendwo? Aus Titting. Ich wusste nicht, dass dich das freuen wird. So, das schenke ich mir jetzt mal ein. Prost. Ja. Nee, ich habe... Mein Glas ist leer. Da drin war aber Pepsi Max. Wie immer. Ich bin da nicht so sehr. Jedenfalls. Gleich ist das Glas voll. Ich habe nur noch ein Weizenglas übrigens. Ich habe irgendwie diesen Weizengläser hier kaputt gegangen. Oder weggeschmissen worden. Weiß nicht so genau. Kommt irgendwas weg scheinbar. Dennis, es ist viel passiert, worüber wir jetzt auch sprechen müssen. Und zwar müssen wir mal über die Berlin-Wahl reden. Habe ich den Eindruck. Ja, vielleicht nochmal Kontext. Es gab am 26. September 2021 eine Landtagsbezirksverordnetenversammlung, Bundestagswahl und... Kein Volksgescheid, kein Volksgescheid. Doch, nee, gab es nicht. Doch, klar, natürlich. Ach ja, die Leute wohnen nicht eigen. War auch am selben Tag. Genau. Es gab also insgesamt ein paar Wahlen am selben Tag. Gleichzeitig fand der Berlin-Marathon statt. Eine Blauwahl oder eine Pottwahl? Hm? War das eine Blauwahl oder eine Pottwahl? Ja. Und sagen wir es mal so, diese Wahl ist ein wenig chaotisch abgelaufen. Wie chaotisch verstreiten sich die Gerichte noch drüber? Zumindest das Landesverfassungsgericht hat in einer sehr bemerkenswerten Entscheidung gesagt, so, weißt du was, wir haben irgendwie keinen Bock jetzt für jeden Wahlkreis rauszufinden, ob es mandatsrelevant gewesen sei, weißt du was, wir lassen alles wiederholen. Wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das Bundesverfassungsgericht dann noch sagen wird, um Gottes willen, macht das bitte nie wieder so. Aber hat das gesagt, so, weißt du, das macht jetzt einfach. Das ist ein sehr pragmatisches Bundesverfassungsgericht. Diese eine Entscheidung zur Wahlwiederholung hat sie abgelehnt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Urteil heißen wird so, nee, bitte macht sowas nie, 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 nie wieder, sondern macht das bitte für Wahlkreis, also für jedes Stimmbezirk einzeln, weil das ist Bullshit. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass sie das machen werden, weil wenn du das einzeln nachwählen lässt, dann was hast du am Ende für eine Wahlbeteiligung dann, wenn du nur so einzelne Wahlkreise nimmst. Die ist ja jetzt schon gesunken, richtigerweise. Das ist ja klar, dass man sich nicht alle anderthalb Jahre, dann hätte nicht jeder Bock wählen zu gehen, das ist ja logisch. Aber dann. Auch bei anderen. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, wozu machen wir dann diese Wiederholungswahl? Weil diese Wiederholungswahl hat jetzt quasi, die war in Wahrheit eine komplette Neuwahl. Sie war, ja, man konnte halt, die Parteien konnten, nein, die Parteien konnten zwar keine neuen Kandidatinnen aufstellen, aber in der Konsequenz und so wie sie die Leute verhalten haben, war nach einem Jahr, über nach einem Jahr Regierung, einer funktionierenden Regierung, mit der sich scheinbar Leute unzufrieden waren, haben jetzt, weißt du was, ich entscheide auf komplett neuen Tatsachen für eine Wahl. Ist das überhaupt eine Wiederholungswahl, durch ein paar Wahlfehler, sondern da haben alle, also inklusive mir, ich habe was anderes gewählt als bei der Hauptwahl. Ja, das durftest du ja auch, aber trotzdem ist es keine Neuwahl, weil die Legislatur nicht neu gestartet hat. Also die geht jetzt weiter und die ist weiterhin zum vorher definierten Zeitpunkt zu Ende und jetzt geht es halt nur noch dreieinhalb Jahre lang in eine möglicherweise neue Koalition. Ja, aber das ist ja trotzdem, ich finde das irgendwie alles fragwürdig. Also ich hätte, wenn, dann gesagt, ich glaube, es wäre ehrlicher gewesen, hätten wir den Klarat schon wirklich neu aufgezogen, mit Neuwahlen, neuen Kandidierenden und stattdessen dieses komische, so, also vor allem Wiederholungswahlen nach eineinhalb Jahren, das ist halt Quatsch einfach. Entweder passiert das nach drei Monaten oder gar nicht. So, sowas muss einfach schneller passieren, wenn es so die gravierenden Fehler gibt. Aber dieses so eineinhalb Jahre später ist halt wirklich einfach, einfach Bullshit. Aber kriegt man das schneller hin? Kriegt man das schneller hin tatsächlich? Weiß ich nicht. Also ich meine, das hat sich ein bisschen gezogen. Nein, sorry, das amtliche Ergebnis steht ja irgendwie nach eineinhalb Wochen fest. Dann kann man ja, gibt es einen Monat Widerspruch und dann muss einfach ein Gericht sofort anordnen, nach einem, muss das Gericht in einem Eilverfahren, dann muss einfach, hat es 90 Tage und spätestens 90 Tage nach der Wahl muss dann die Wiederholungswahl stattgefunden haben. War aber auch eine neue Situation, ne? Also gab es das schon mal irgendwo? Es gab wohl wohl einen Bremen der Fall, aber da hat sich das Parlament einfach vorher aufgelöst, bevor das Urteil gefallen ist. Ah, okay, ja. Und haben das einfach dem sich entzogen. Da war es aber einfacher, weil die ja nur das Parlament hatten, Leute zu wählen. Wir haben ja zwei Ebenen neu gewählt. Und dann den Bundestag. So, das kannst du halt, der Bundestag konnte sich jetzt auch nicht selber auflösen deswegen. Also das Abgeordnetenhaus hätte das vielleicht machen können noch, aber hätten das immer noch das Problem für die Bezirke gehabt und für den Bundestag. Ja, also jetzt ist es aber zum Wahlergebnis gekommen, dass wir, es ist ja wie bekanntlich wir alle irgendwie kennen, es gibt so einigermaßen eine Paz-Situation zwischen SPD und Grünen. Die SPD liegt, glaube ich, 50 Stimmen oder so. 53 Stimmen vor. Vor den Grünen. Selbe Zahl der Mandate. Genau. Genau, die Linke hat irgendwie 12,2 Prozent, 22 Mandate, SPD und Grüne 34 Mandate, Beachtung mal große Gewinner, CDU angeblich, mit 28,2 Prozent und 52 Mandaten. Die Nazis haben 9,1 Prozent und ja, denn diese Spaßpartei ist in dich mit reingekommen diesmal. Ja, zu Recht. So. Und jetzt geht das große, das große Bewerten ging dann los nach der Wahl und irgendwie fand ich, und das muss ich mal wirklich sagen, ich habe mich mal irgendwann ganz schlau gefühlt vor der ersten Kandidatur von Franziska Giffey und habe getwittert, es sind tolle Kandidaten hat die CDU da und habe irgendwie Sprüche von ihr verlegt oder so. Dann wurde ich darauf gestoßen, dass Fefe, of all people, leider mal wieder was viel besseres schon in der Phrase gecoint hatte, nämlich Franziska Giffey, hat er geschrieben, ist die beste Kandidatin, die die CDU je hatte. Ja, aber das habe ich, das habe ich in diesem Podcast schon ewig gesagt. Also das, sorry, das habe ich sicher in diesem Podcast schon zwei oder dreimal gesagt. Ja, ich erzähle ja von vor Jahren, als sie das erste Mal kandidiert hat. Ah, okay. Genau. Ja, ja, ich sage nur, ich wollte jetzt nur den Urheber auch mal hier auch mal rausstellen. So. Die hat dann für meine Begriffe sehr schnell gesagt, oh ja, das ist hier, da müssen wir alles neu denken und die CDU hat klar gewonnen und Himmel, Herrgott, endlich schaffe ich es in eine bürgerliche Koalition. So fühlte sich das für mich jedenfalls an. Wie war dein Eindruck da? Also, man muss nur sagen, Rot-Rot-Grün hat nach wie vor eine größere Mehrheit als Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün es hätten. Es hätten. Aber was hältst du davon? Ja, also Franziska Giffey, das kann man ja so sagen, ist in der SPD am rechten Rand. Das heißt, für SPD-Kontext ist sie irgendwo Mitte rechts, für CDU-Verhältnisse irgendwo Mitte links. So, das ist so, irgendwo da dürfte sie ran und wahrscheinlich, wenn sie in der CDU wäre, wäre sie im sogenannten Arbeitnehmerflügel der CDU bei den sieben Leuten. Sind sie eigentlich noch? Keine Ahnung, weil ich finde ich mehr als persönlich umgelegt. Ist doch nur der Laumann, oder? Ansonsten macht da keiner mit, der macht alle Sitzungen alleine. Ja, aber es gibt Schnittchen und um die muss sich auch jemand kümmern. Ja, dementsprechend hat man schon immer gemerkt, dass sie auf Rot-Rot-Grün keinen Bock hatte. Vor allem, weil die Kombination ja so undankbar ist. Also es war es einerseits die Grünen, die halt schon bei der ersten Wahl durch ihre neu gewonnene Stärke kaum laufen konnten und Bray sich nach Macht gestrebt haben. Und die Linken, die hier ja relativ stabil sind, das sind ja ordentliche Leute, die sind bis auf ein paar versprengte Leute im Abgeordnetenhaus, sind das ja keine Wagenknechtleute, sondern Sozialdemokraten? Auch wenn das die disst, aber es sind einfach SPDler, die nur ein bisschen linker sind hier in Berlin, bei den Linken. Ja, ich glaube nicht nur, aber das Spitzenpersonal hat auf jeden Fall, mit Katja Kipping und Klaus Lederer würde man vielleicht da eher so, könnte man auch als linke Sozialdemokraten einordnen, ja. Oh, by the way, Katja Kipping, habe ich letztens im Zug gesehen, fuhr erste Klasse, aber durchgängig mit Maske, das ist einfach ein krasses Vorbild. Ich habe die neulich auch gesehen, warte mal, wo war das denn noch? Das war nicht im Zug, sondern in der S-Bahn? Ich weiß es nicht, irgendwann habe ich sie gesehen und dachte, ach, guck mal an, aber habe ich natürlich... Raub vom Volke. Fährt S-Bahn, ist so schön. Ja, dementsprechend war das schon, also die Berliner SPD hat so ein, es gibt da so verschiedene Fraktionen, es gibt schon eine gewisse längere Basis, es gibt auch längere Parteitagsbeschlüsse, es gab ja auch den Parteitagsbeschluss, der mehr oder weniger deutsche Wohnen unterstützt, aber das Führungspersonal der Berliner SPD, vor allem aus so den Westbezirken und Neukölln, ist halt einfach rechts und man setzt hier auf Law and Order und diesen ganzen Bullshit und hatte halt deswegen, hatte die SPD, zumindest auch bei der ersten Wahl hier, also 2021, entsprechend auch bei der CDU ordentlich mitgefischt und da hatten wir die Grafik, die wir jetzt hatten, da wo, die Mitte ist halt grün, also im Ringbereich ist halt grün und alles drumherum in den Außenbezirken war rot. Und dieses Wählerpotenzial, diese, diese, für die die AfD zu Nazi-Haft ist und die Linken und so die, 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 und die halt niemals links wählen würden, die sind jetzt aber von der SPD zur CDU rübergegangen, die Grünen sind stark geblieben, die Linken mehr oder weniger auch, die sind tatsächlich dieses, dieses, dieses bürgerliche, dieses miefige Westberliner. Ja, nicht nur, nee, auch nicht Westberliner, du, das ist hier, guck mal, ich wohne, ich wohne ja in Pankow und Pankow ist ein schwarz-grüner Bezirk, wir sind in der Mitte grün und in Außenbereichen schwarz geworden. Das war, da hatte auch die AfD in den Außenbereichen letztes Mal stark, das ist diesmal ein bisschen besser geworden, aber da sind halt, da sind, da wohnen halt ein Familienhausbesitzer, die im Zweifel einen sehr übersteigerten Hass auf die Grünen haben und das haben sie auch der SPD angelastet, unter anderem. Die haben bestimmt Franziska Giffey lieber gewählt, als sie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Andrea Ypsilanti gewählt hätten. Shoutout to 2007. Aber, ne, also, da gibt's halt irgendwie schon, gibt's schon so ein gewisses, gewisses Gefälle. Jetzt ist aber die Frage, was, also, ne, was sollen die jetzt machen? Die eigentliche, meine Ausgangsfrage war ja, hat, fandst du, hast du das so empfunden wie ich, dass Franziska Giffey schon zu früh nach der Wahl gesagt hat, ah ja, jetzt können wir ja so nicht mehr weiterregieren, alles muss anders werden, das ist ja ganz schrecklich. Ich fand, das war viel zu früh. Ich fand das auch viel zu früh. Ja, war es. War es. Denn so krass sind die Einbußen auch nicht. Und eine Sache möchte ich auch nochmal sagen, eine Sache möchte ich wirklich nochmal sagen, es sind nicht nur welche zur CDU gegangen, viele sind auch einfach zu Hause geblieben. Die meisten Leute, ich glaube die Hälfte aller CDU-Wähler hat gesagt, wir haben die CDU nicht wegen der Inhalte gewählt, sondern weil wir dem Senat eins auswischen wollten. Ja. Ja, da kann man jetzt nicht von irgendwelchen ideologischen Abweichlern sprechen oder so. Man, die waren schon mit dem Senat nicht zufrieden, aber das heißt ja nicht, dass es nicht besser machen kann. Ja. Ich fand, das war zu schnell, zu unterwürfig und jetzt kommt raus, dass die SPD Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen will und da liegt uns, wie auch dem Tagesspiegel, das Sondierungspapier vor. Es gab es auch online zum Runterladen, glaube ich, ne? Irgendwo. Ich habe zumindest das Tagesspiegel halt großzügig daraus zitiert, sagen wir es mal so. Ja. Und, ja sagen wir es mal so, das ist halt die ideologische Basis, da wird dann drüber geschrieben so wie, ja die Grünen sind ja richtig machthaberisch da aufgetreten. Denn, naja, sie haben mehr oder weniger das selbe Ergebnis wie die SPD. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das hat ja auch, glaube ich, der Staus da geschrieben in seinem Blogpost. Wäre das mit der Friedrichstraße nicht gewesen, wären die Grünen auch vor der SPD gewesen. Also wäre die Kombination Jahrisch und Friedrichstraße nicht gewesen, die Grünen wären vor der SPD gelandet. Ja, aber wie kann man, muss man, aber bitte, Entschuldigung, wie kann man so instinktlos sein, das Ding nochmal auf Biegen und Brechen nochmal vor der Wahl durchzunehmen? Also, das kommt ja eh, es kommt ja eh irgendwann. Es dauert halt nur ein bisschen, bis alles so weit umgesetzt ist, aber es sind sich ja alle einig, dass aus dem Ding, glaube ich, sogar eine Fußgängerzone werden soll. Ja. Ja. So. Und übrigens, die Charlottenstraße, eine Parallelstraße, ist eine Fahrradstraße geworden. Das ist jetzt, also jetzt, ich bin voll dafür, diese scheiß Friedrichstraße in die Luft zu sprengen. Ja. Ich finde die nämlich zum Kotzen. Ich finde die zum Kotzen. Und jeder, der behauptet, jetzt kann ich da gar nicht mehr einkaufen gehen, die armen Einzelhändler. Niemand. Das ist ein Mensch dieser Welt. Ist da mit dem Auto hingefahren, um einzukaufen. Das ist das Lächerlichste, das Allerlächerlichste, was ich je gehört habe. Die Leute wollen da durchfahren. Und das kann ich verstehen, weil das eine gute Durchfahrtstraße ist, tatsächlich. Ja. Die ist halt nur zu klein für den ganzen Verkehr, der da durch will. Das ist halt ein bisschen das Problem, was es da gab. Aber ansonsten, geile Durchfahrtstraße. Gar keine Frage. Dieses, aber dieses Rumlügen. Nee, ich wollte jetzt, kann ich da gar nicht mehr einkaufen mit meinem Kombi. Habe ich immer mal eine Woche einkaufen, eine Friedrichstraße gemacht. Alles Lüge. Was ich gerade sagen will, ist, es kommt sowieso die Fußgängerzone. Die Parallelstraße ist eine Fahrradstraße geworden. Es gab einfach keine Not, das jetzt nochmal auf Biegen und Brechen, so einen Schnellschuss vor der Wahl zu machen. Das muss man wirklich sagen. Alleine deshalb muss die Jarasch schon gehen. Franziska Giffey muss gehen, weil sie die ganze Kacke zu verantworten hat. Die hat einen Wahlkampf gemacht. Der bestand meines Erachtens aus zwei Teilen. Hey, 29-Euro-Ticket, cool. Ja. Finde ich wirklich cool. Echt gut. Gute hätte ich auch nicht erwartet, dass sie das so stabil durchboxen. Auch eine langfristige Finanzierung dafür suchen und das 9-Euro-Sozial-Ticket einführen. Richtig geil. Also wirklich einfach eine richtig gute Sache. Und das geht auch, das muss man auch sagen, das geht auch. Im Kern war das auch tatsächlich eine SPD-Errungenschaft. Ja. Du kannst gerne mal davon erzählen, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg Berlin dafür hasst. Aber es ist egal. Für die Wahl war es egal. Die SPD konnte es gleich durchgesetzt zu haben. Und das war richtig und gut. Das war richtig und gut. Und das ist auch echt ein super Errungenschaft, muss man einfach sagen. Und der Rest war ein Abgrenzungswahlkampf gegen die eigene Koalition. Und vor allem gegen die Grünen. Ja. Warum? Warum macht man das? Man macht sich doch nicht selber schlecht die ganze Zeit. Auch wenn es knirscht und kracht. Das hat man ja mitbekommen, dass es keine Koalition war, die sich jetzt immer grün war. Also die jetzt immer gut zusammengearbeitet haben. Das hat doch jeder mitbekommen. Aber trotzdem kann man es doch irgendwie schaffen, sich nicht irgendwie schlägt das Maul übereinander zu zerreißen. Das ist doch alles total lächerlich. Und noch eine Sache. Sie hatte schon nach der ersten Wahl Glück. Denn wir erinnern uns. Als Bundestagswahl, da wurde ein gewisser Schlumpf namens Olaf Scholz Bundeskanzler. Der hat tatsächlich 25% für die SPD geholt. Kein Spitzenwert. Aber der hat auf jeden Fall Punkte gesammelt, dazu gesammelt. Die kamen nämlich von weiter unten. Franziska Giffey hat gegen den Bundestrend in Berlin verloren. Ein schlechtes Ergebnis noch schlechter gemacht. Jetzt hat sie es noch mal schlechter gemacht. Und klammert sich total an die Macht und will jetzt die SPD zur CDU bringen, damit sie noch irgendwie super Senatorin werden kann. Ich finde es komplett albern. Man muss einfach auch mal über die Frau nachdenken. Und jetzt will ich nicht sagen, ich kann das verstehen, dass die bei einem gewissen Klientel, Wählerklientel gut ankommt. Wir sprachen von den Einfamilienhausbesitzern und so. Und so Leute, die vielleicht früher Angela Merkel gewählt hätten, würden jetzt auch Franziska Giffey wählen. Kann ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen, dass man sich auch über sowas Gedanken macht. Aber sich komplett dieser Person auszuliefern, die dann auch noch dafür sorgt, die eigene Koalition schlecht dastehen zu lassen. Dann sofort mit den Schwarzen zu kuscheln, auch vorher schon laut über die Deutschland-Koalition nachdenken. Auch noch irgendwie diese komische Versagerpartei FDP mit ins Boot zu nehmen, die gar nichts kann. Vor allem nicht in Berlin. Es ist wirklich komplett lächerlich, dass nicht über Franziska Giffey diskutiert wird. Finde ich persönlich noch schlimmer, als dass die SPD jetzt eine Koalition mit der CDU anstrebt. Ja, in der Tat. Also du hättest in so einem Wahlkampf echt drauf sagen können, ey, weißt du was, das haben wir schon erreicht und das haben wir noch vor. Gib uns nochmal Vertrauen und dafür setze ich mich ein und hier mit voller Macht und 29-Euro-Ticket und hier in Friedrichshain Dönerpreisbremse. Wenn du gesehen hast, die Plakate der Friedrichshainer SPD, die für eine Dönerpreisbremse geworben haben. Wirklich wahr? Nein? Echt? Ja, 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 ja. Geil. So, aber das ist, es ist, ja, anfangs ein quatschiges Thema, aber es ist, die Leute merken es in Berlin tatsächlich am Dönerpreis. Ich weiß, dass das teuer wird, der Scheiß, die alles. Ja, also wir haben hier um die Ecke so eine kleine, so eine kleine Imbissbude, ne? Also da habe ich auch noch nie Döner gegessen, weil das ist, ich habe an meinem Gesundbrunnen gelebt, man ist ja verwöhnt. Aber da kostet jetzt der Döner mit einer Cola 10 Euro. Was? Oh Gott, das Willen. Ja, dementsprechend, und man hätte, also man hätte so viel machen können, man hätte auch darauf brauchen können, weißt du was, wir wollen Verkehrsbremse, aber irgendwie ausgeglichen. Man hätte das einfach alles positiv spinnen können, nö. Also, aber Giffey war halt einfach so, nee, man merkt halt, sie will so schnell wie möglich aus dieser Koalition raus und aber dabei nicht verlieren. Aber sie hat aber jetzt verloren, knallhart. Die Leute sind zur CDU, weil Leute, die nicht Rot-Rot-Grün wählen, werden halt nicht wollen, die werden dann nicht SPD wählen, sondern die werden natürlich bewusst CDU wählen. Genau, die wählen dann auch im Zweifel das Original. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar andere, also ich glaube, wenn die SPD es tatsächlich macht, dann ist es beim nächsten Mal 10 Prozent. Ich glaube, damit schrumpfen die sich komplett weg, denn eine Grüne und eine Linke in der Opposition, bei der Linken ist es tatsächlich ein bisschen, da muss man aufpassen. Da weiß man nicht so ganz genau, wie sich das um dieser Wagenknecht-Sache entwickelt, ob die sich nicht irgendwie auch noch spalten oder da irgendwie zumindest intern noch stärkere Probleme kriegen. Aber wenn die Grünen sich einigermaßen wieder fangen und nicht auf so einem bekloppten Kurs der letzten Monate festhängen, dann wird es ganz bitter für die SPD. Weil der Ring innen wird dann einfach knallhart noch stärker Grün wählen. Ich glaube, was waren gerade noch so, es gibt so einzelne Kandidaten, einzelne Kandidaten in grünen Bezirken, die von der SPD sind, die können gerade so abschminken, die werden einfach so. Und Mitte wird dann knallhart Grün sein und der Ring, also das ist dann gelaufen, die Nummer, und dann sind die Grünen halt stärkste Kraft. Also es ist halt so unglaublich, man hätte jetzt in der Koalition aus einer Position der Stärke in den nächsten Wahlkampf, aber jetzt geht man als Union-Position, als hätte man in der SPD nie gelernt, dass das nicht funktioniert, aus der Union-Position der CDU, aus der Union-Position einer Koalition irgendwas zu gewinnen. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, dass man… Und das Schlimmste ist noch, man gibt halt noch weitere Bundesratstimmen jetzt gerade weg. Ja, genau, das ist das Allerschlimmste. Die Ampel hat es eh schon schwer, weil die FDP alles blockiert, was sinnvoll ist. Da kommen wir auch wieder mal zu. Und dann kommt auch noch der Bundesrat hinzu. Das macht es alles nicht besser. Ich habe zwei Sachen, möchte ich noch sagen. Die erste ist, ich finde, es ist völlig klar, es ist so simpel und liegt so sehr auf der Hand, was die SPD eigentlich tun müsste und auch tun könnte. Und wo auch tatsächlich, glaube ich, ein parteipolitisches Angebot fehlt, das auch noch ideologisch, da muss man sich gar nicht ideologisch so sehr hin zur Union verbiegen. Man muss auch nicht zur, so wie es Franz Giffey jetzt versucht, oder man muss auch gar nicht zu irgendwelchen rot angefärbten Grünen werden oder irgendwie zur besseren Linkspartei. Sondern man kann, glaube ich, tatsächlich kann es, glaube ich, schaffen, eine vernünftige, moderne SPD-Politik in der Stadt zu machen. Man muss anerkennen, was ist, nämlich Klimakrise und man muss anerkennen, dass wir eine Verkehrswende brauchen und muss diese Sachen machen mit einem sozialen Ausgleich und mit Augenmaß vorantreiben. Und ich glaube, da gibt es echt eine Lücke, da gibt es wirklich eine Lücke. Denn die Grünen werden zumindest immer als sehr, sag ich mal, fahrradikal wahrgenommen und Verbotspartei. Das muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber es ist ja tatsächlich so. Es fehlt aber sozusagen vielleicht ja eine Partei, die sagt, naja, Moment mal, das stimmt ja schon. Gucken wir uns mal den Platz, den wir haben in der Stadt hier an und vielleicht sollten wir den mal ein bisschen klüger verteilen. Und vielleicht sollten wir den Leuten, die hier in der Stadt leben und ein Auto haben, aber gar nichts brauchen oder vielleicht zwei oder drei Autos in einem Haushalt haben. Vielleicht sollten wir es denen ein bisschen schwerer machen und die Leute, die in der Stadt tatsächlich auf ein Auto angewiesen sind, weil die irgendwie Schichtarbeit unter der Woche haben und sonst irgendwie im Nachtbus, keine Ahnung, neun Stunden nach Hause oder zur Arbeit fahren müssten. Oder Leute, die in die Stadt reinpendeln, hier irgendwo parken wollen oder die aus der Stadt rausfahren und draußen arbeiten oder so. Für die halt noch den Platz zu haben tatsächlich, dass die hier auch noch ein Auto benutzen können. Dafür musst du ja irgendwem auf den Sack gehen. Das geht ja gar nicht anders. Genauso ist es bei den Fahrradwegen. Die müssen, es gibt zu wenige. Ich fahre ja nun ab und zu mal die Schönhauser Allee Richtung Mitte morgens mal lang mit dem Fahrrad. Ich fahre dann eigentlich immer relativ früh, dann merke ich es nicht so krass, aber wenn ich da mal so gegen acht Uhr losfahre oder so oder gegen halb acht losfahre erst, dann ist da einfach Stau. Dann ist da einfach richtig krass Stau auf dem Fahrradweg, weil es halt eben, weil halt alle, die hier aus Pankow und Prenzlauer Berg nach Mitte fahren wollen, fahren über die Schönhauser Allee. Und auch da musst du einen Ausgleich schaffen. Genauso wie du auch einen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz machen musst. Vor allem das Ding ist ja, was auch viele Leute einfach nicht verstehen, ist, es geht ja nicht darum, das Auto komplett aus der Stadt zu verbieten. Das wollen ja nicht mal die Leute von Autofrei Berlin. Da geht es auch nur um Kieze. Sondern was du da machen möchtest, ist ja quasi die Leute, wo man es schafft, die auf ihr Auto nicht so wirklich angewiesen sind, aber geradeaus, weiß ich nicht, aus Zeit- oder Kostengründen, gerade noch zum Autogenieren, so ein Angebot zu machen, dass sie sagen, weißt du was, ich bringe das Auto weg. Damit die Platz haben, die auf ihr Auto wirklich angewiesen sind. Ich kann total verstehen, dass man, weiß ich nicht, mit vier Kids irgendwie das unter der Woche sonst nicht schafft, irgendwie mit dem Auto durch die Gegend zu düsen und Zeug gerade zu erledigen. Aber denen will auch niemand das Auto wegnehmen, diesen Nachtschichtlern und whatever und den ausgedagten Krankenschwestern, die immer in die Diskussion auftreten. Aber nein, das ist genau, das ist aber genau der Punkt. Also nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, wir nehmen niemandem das Auto weg. Das sagen dann immer alle. Das ist aber falsch. Man muss sagen, nein, es gibt hier ein Bedürfnis, Autos aus der Stadt rauszukriegen, weil es einfach zu viele gibt. Wir haben einfach nur ein endliches Platzangebot hier und das müssen wir irgendwie verteilen. Und das ist, glaube ich, der Kern, auf den die SPD sich konzentrieren könnte, ist eben das Verteilungsproblem. Es ist Verteilung. Genauso wie es beim Klimaschutz geht es um Verteilung. Du kannst nicht allen sagen, nee, ihr dürft jetzt alle kein, keine Ahnung, jeder hat jetzt irgendwie, also es muss noch möglich sein. Es muss noch bezahlbar sein. Dinge, die auch so ein bisschen CO2 in die Luft pesten, müssen auch sozusagen für Leute mit niedrigem Einkommen bezahlbar sein. Du musst einfach nur insgesamt das sozusagen begrenzen, was ausgestoßen wird. Aber wenn du es einfach nur teuer machst, dann ist es halt so, dass die Armen gar nichts mehr verbrauchen können, gar keinen Spaß mehr haben und am Wochenende nicht mit ihrem Verbrennerauto durch die Gegend fahren dürfen. Aber die Reichen interessiert es halt nicht. Ja, die zahlen einfach das. Genau. Da geht es um Verteilung, das sind Verteilungsfragen und da könnte sich die SPD ja mal als Partei des sozialen Ausgleichs aufmachen und versuchen eine Lücke zu füllen, die, wie ich finde, total da ist. Aber es gibt es hier nicht. Franziska Kefai schielt nur auf ihren möglichen Posten oder den rauffolgenden Posten. Meine Theorie ist so ein bisschen, da könnte ja in den nächsten Monaten so ein Bundesinnenministerin-Posten frei werden. Auf den kann man ja auch elegant hoch wechseln wieder. Da muss man sich um den Stadtkolumpe ja nicht wieder kümmern. Man kann sich um richtige Dinge kümmern. Das ist auch meine Befürchtung übrigens, dass das passieren wird. Nancy Faeser versucht ja in Hessen Ministerpräsidentin zu werden. Die hat übrigens gesagt, wenn ich verliere, bleibe ich Innenministerin. Aber das würde ich passen. Meine Güte. Ich hoffe, dass Olaf Scholz das nicht zulässt. Also das ist ja wirklich komplett bescheuert. Also wenn jemand kandidiert, dann, also das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, was ist denn? Das Norbert Röckenlohr. Ja, genau. Also geht gar nicht. Darf man nicht machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sogar Nancy Faeser noch vor der Wahl final über... Also der Druck wird dann irgendwann so hoch sein, dass sie irgendwann im Sommer sagt, so weiß du was, nee, ach, jetzt konzentriere ich mich doch voll auf die Hessenwahl und dann tritt sie zurück und dann ist da Platz für Gefallen. Das könnte sogar noch schneller passieren, als wir das erwarten. Und hier in Berlin hat sich die SPD scheinbar ausgehofft, weiß nicht, irgendwelche super Senatoren, Senator aufzustellen. Hauptsache man kann irgendwie weiterhin das Bauressort belagern, damit es irgendwie Spenden weitergibt von der Immobranche. Dass auch jemand wie Andreas Geißel, auch so die Inkompetenz in der Person, so viele Sachen hat er zu verantworten und er wird einfach durchgereicht. Da möchte ich widersprechen. Ich halte ihn nicht für inkompetent, ich halte ihn aber für politisch verantwortlich, für ganz viele Sachen, die passiert sind und ganz viele Sachen, die inkompetent bearbeitet wurden, wie unter anderem die Wahl. Die Wahl, der U2-Tunnel, alles. Da muss man dann einfach den Hut nehmen und politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Und dann ist es halt schade, weil jemand geht, der vielleicht Verwaltung auch führen kann, das ist zumindest das, was ich immer wieder lese und höre auch, von Leuten, die da ein bisschen enger dran sind, der schafft das, den Laden ganz gut zu organisieren. Aber dann ist es eben so, da muss der gehen, dafür ist es da. Und wenn die Leute nicht gehen, die dafür sowas verantwortlich sind, dann gibt es halt auf den Sack. Es kann ja nicht sein, also jetzt mal, jeder weiß, dass die Wahl von den Bezirken organisiert wird und das soll als Innensenator in Berlin nicht die größten Eingriffsmöglichkeiten haben, weil diese ganze Stadtorganisation, die Verwaltungsorganisation schon ein bisschen eigenartig ist. Dennoch ist er halt einfach der Letztverantwortliche und da muss er auch sagen, Wahl war scheiße, war scheiße gewesen, dann gehe ich halt, Tschüssikowski. Und weil er das nicht gemacht hat, sagen natürlich auch alle, es ist ein Hackz oder was. Vor allem, der Großteil der Ursachen war ja auch dieser parallel stattfindender Berlin-Marathon. Wer ist dafür verantwortlich? Ach ja, der Sportsenator Andreas Geißel. Nachher hat sich ein Glühstrumpf. Naja. Apropos hier, das soll ja auch jetzt schwarz-rot angehen, die Verwaltungsreform. Das ist auch so ein Thema. Diese Stadt, wie die organisiert ist, ist einfach absurd. Also, äh, ahhh. Es ist, diese Stadt möchte halt gleichzeitig Bundesland sein. Äh, äh, und aber gleichzeitig soll alles schön lokal sein und wie so eine Stadt funktioniert. Anstatt das einfach mal jetzt einfach, entweder sind wir ein Bundesland oder wir sind eine Stadt. Aber beides geht scheinbar nicht gleichzeitig. Nein, das geht, das geht schon, das geht schon, wenn du es tatsächlich klassisch aufbauen würdest, wie es in Bundesländern aufgebaut ist. Ja. Also, wenn du wirklich die einzelnen Gemeinden hier ermächtigst, über ihre Gemeindestrukturen alleine zu entscheiden. Genau. Nur, wenn du halt eben dem Bezirk Pankow seine Bezirksstraßen dann machen lässt, oder nennst du es halt Gemeindepankow oder was, ist ja auch egal, wie es dann heißt. Und daneben aber, äh, dann hast du irgendwie schön ausgebaute Straßen und dann übernimmt Mitte, wenn du irgendwie über die Bornholmer Brücke fährst oder so. Äh, Bornholmer Straße über die Bösebrücke fährst. Dann, äh, ähm. Und dann ist die Straße wieder scheiße. Das ergibt alles keinen Sinn. Das merkt man ja ganz schnell. Genauso wie es auch bei den Schulen keinen Sinn ergibt, weil die sind ja halt, das sind ja Städte, die Stadt an Stadt an Stadt legt. Also, da muss man schon ein bisschen, man könnte es aber so machen. Es ginge schon, glaube ich. Gleichzeitig ist der FDP-Vorschlag einfach die Bezirke komplett abzuschaffen, auch ganz lustig, weil ich möchte mal sehen, wie hier irgendwie unsere Weltpolitiker im AGH, die sich ja mit so einem ganzen kommunalen Scheiß ja gar nicht beschäftigen wollen, dass sie dann über so Baumnamen, Kataster, Straßennamen abstimmen sollen, wenn man sich, weiß nicht, mit so coolerem Scheiß beschäftigen kann. Also, Landespolitiker. Ich kann übrigens nachvollziehen, dass man als SPD keinen Bock drauf hat, eine Koalition im Streit weiterzuführen. Ja. Und dass man sich ja hofft, dass es vielleicht mit der CDU besser geht, weil es nur eine Partei ist, die man ansprechen muss. Aber war der Konflikt in Rot-Rot-Grün, der Konflikt war auch letztlich nur mit einer anderen Partei, die Linken haben sich ja relativ aus allem immer versucht rauszuhalten, die haben halt, die haben auch ein abgegrenztes Bereich, das ist ja immer, also wofür die Senatorinnen der Linken sind ja auch in so Bereichen, wo auch die anderen Parteien einfach nicht reinregieren müssen groß. Also, Soziales und Kultur, who cares? Die können ihr Ding vor sich durchziehen. Meinetwegen können wir auch sagen, es knatscht zwischen SPD und Grünen, okay. Also, die Sehnsucht nach Arbeit ohne Reibung kann ich nachvollziehen, ich halte es trotzdem für falsch. Ich möchte nur eine Sache, über die möchte ich nochmal sprechen. Die CDU hat ausweislich der Presseberichte, die wir so studieren konnten, im Prinzip sämtliche inhaltliche Themen komplett geräumt. Geräumt. Komplett. Ja, es gibt ja nur ein Ziel, ein Spandauer muss Bürgermeister werden von Berlin. Das ist deren einzige politische Botschaft, ein Spandauer muss eigentlich diese Stadt regieren. Denn, also man hat dann ja irgendwann, hat Rot-Rot-Grün es ja geschafft, sich irgendwie einig zu werden über so eine Art Vergesellschaftungsrahmengesetz, nennen sie es glaube ich, oder so. Also, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Kompromiss, das können wir machen und dann schustern wir das den landeseigenen Baugesellschaften zu und so weiter und so fort. Also, alles ein bisschen komplexer, als es hätte sein müssen, aber am Ende hat man sich irgendwie geeinigt. Die CDU natürlich, Enteignung geht gar nicht, vergesellschaftet schon überhaupt nicht. Was haben die jetzt in den Sondierungen gesagt? Ja, nee, ist klar, ihr habt euch jetzt darauf geeinigt, das ist ja auch, ihr habt da was mit Volksentscheid zu tun. Habt ihr auch eine schöne Kommission, wozu die Arbeit schlecht reden? Ja, genau, also eine Kommission und wir wissen, es gibt ja schon den ersten, beim ersten Vorschlag haben die ja schon gesagt, ja, theoretisch rechtlich wäre das möglich und wenn jetzt das Gesetz auch, wenn die Kommission sagt, das passt schon, dann gehen wir mit. CDU, wo? Okay, crazy. Dann, CDU hat vor der Wahl gesagt, ja, wir müssen auch mal dringend, dringend über die gebührenfreie Bildung reden. Kann ja nicht sein, dass sie die Krankenschwester die Bildung des Kindes des Chefarztes bezahlt. Wo kommen wir denn da hin? By the way, tut sie nicht. Ja, natürlich, aber das haben sie gesagt. Ja. In den Sondierungen kein Wort mehr davon. Ah, nee, Bildung, da können wir auch nicht ran, wenn die SPD kommt, irgendwie, äh, pff, dann wissen wir ja, das ist hinwichtig, können wir nicht, ja, räumen wir, ist egal, behalten wir bei, passt schon. Silvesternacht, waren wir so ein bisschen rassistisch unterwegs mit diesen Vornamen und so, ja, wir entschuldigen uns öffentlich dafür. Was ist da los? Die machen, die räumen alles. Selbst das innere Ressort soll, schau mal, an die SPD gehen und so, auf dem Motto. Okay, was, also. Ah, Geisel kann bleiben, na klar. Es ist, äh, es ist, äh, naja, es ist diese Partei, Kai Wegner hat die CDU auf Kai Wegner zugestellt, das ist seine letztmögliche Chance, jetzt Bürgermeister zu werden. Es gab jetzt schon vor dieser Wahl, gab es, vor der 21. Wahl, gab es Bestrebungen, Jens Spahn hier reinzupacken, aus der Bundespartei. Also, aus den Ost, ja, natürlich, also es gab aus den Ostbezirken der CDU, die keinen Bock mehr auf diese Westmöglichkeit haben, wie die Kai Wegner steht, gab es die Sehnsucht, okay, die CDU muss jetzt mal Welt, also muss mal Großstadtpartei werden und wer ist dafür besser als ein korrupter, schwuler Mann? So. Ist natürlich jetzt ärgerlich, ne, weil wenn er dann irgendwie Regierender Bürgermeister geworden wäre, dann hätte er sich wahrscheinlich die Villa im Grunewald doch noch weiter leisten können. Schade. Ja, und es gab da echt Bestrebungen, Kai Wegner hat sich da echt mit Haaren und Füßen gegen durchgesetzt und diese Partei ist komplett auf ihn jetzt zugeschnitten und es ist vollkommen logisch, dass die CDU jetzt Bürgermeisterpartei werden möchte und das reicht denen dann auch, weil das ist dann, Kai Wegner hat alles reich, der ist Bürgermeister von Berlin geworden. Und wenn das so stimmt, wenn die das auch tatsächlich, also ich würde denen ja keinen Zentimeter über den Weg trauen, aber wenn die das tatsächlich so machen, also, was? Also, ich fand das, ich fand das so absurd, ich hab's gar nicht richtig glauben können, ja, aber es ist, es wird auch, es ist auch nicht, gibt nicht nur eine Quelle dafür, dass die CDU komplett alle Themen geräumt hat. Was macht eigentlich Sebastian Schar ja gerade? Äh, ich vermute, ich sortiert der, äh, 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 schweigt der in diesen Baustellenabschmerungen, die er von der Friedrichstraße geklaut hat. Ich glaube, der macht, ich glaube, der hat ja so ein, so ein Bezirkepuzzle, hat der ja fertig gemacht und das malt, die malt er jetzt alle in gleicher Farbe an und stellt sich dann vor, dass es geschafft hat, die Bezirke abzuschaffen. Ah, 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 bin ich froh, dass diese Partei, äh, bei dieser ganzen Nummer einfach komplett unter die Räder gekommen ist. Ah, wie schön. Ja, die FDP ist tatsächlich noch immer in Berlin, das ist ein bisschen, wir können jetzt aber, wir sind ja gerade so ein bisschen Überleitung Verkehr, Bund, FDP, äh, einfach ein, auch in Berlin eine absolute Witzpartei, deren ganzen Kampagnen waren ja aus Fraktionsgeldern bezahlt, wo alle schon sagten, so, ah, es ist rechtlich sehr, sehr grenzwertig, was ihr da gerade tut. Äh, 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 Tegel, äh, Friedrichstraße, äh, nur Loser-Themen die ganze Zeit am Bearbeiten, äh, der Chaya stand sich da auf der Friedrichstraße so richtig dumm und dämlich, auf der Straße, wo auch wirklich niemand hin möchte. Das Einzige, was die Leute ja wirklich wollen, wie du sagst, durchfahren. Oh, Dennis, da will ich mit meinem Kombi hinfahren, mit meinem Parken, um da einzukaufen in der Galerie Lafayette. Ja, genau, in dieser Galerie Lafayette, ja genau, whatever, ah, Dreckstraße. Früher war ich so oft in der Friedrichstraße einkaufen mit meinem Auto, ich hab da so gerne geparkt, es war günstig, es gab immer Parkplätze, es war toll, es war ein Traum, es war ein Paradies für Autofahrer, dort einkaufen zu gehen, ganz, ganz klasse. Ab und zu gibt's da auch noch eine kleine Tiefgarage, kann man so, oder auch im Parkhaus kann man sich schön reinschauen, das ist alles total super, es ist alles wie ich, es war so schön. Und jetzt geh ich da nicht mehr hin, die armen, armen Einzelhändler, es tut mir so leid. Es ist einfach, einfach wirklich die hässlichste Straße Berlins, es tut mir leid. Und aus dieser Konsequenz dieser Klassenwahlschlappe hat ja der zu traurigerweise 160 Liter Wein verurteilte Wolfgang Kubicki, darunter wird der noch Jahre leiden müssen, so viel Wein trinken zu müssen. Er verkündet, ab jetzt FDP pur, der Habe kann sich gehackt legen, denkt mir so, war das nicht eure Erzählung schon nach den anderen beiden verkorksten Wahlen, dass jetzt einfach nur FDP pur gilt? Die FDP blockiert schon seit die Koalition steht alles, was irgendwie einigermaßen mit Verstand geplante Politik ist. Kindergrundsatzung blockiert, wir streiten, und jetzt vor allem schon im Verkehr, weil jetzt fangen tatsächlich die FDP-Leute an, einerseits Christian Linder, der schielt auf 2024 und sagt, Schuldenbremse muss wieder eingehalten werden. Das ist bescheuert, die sind immer noch in Multikrisen unterwegs. Er ist wahrscheinlich bescheuert, das muss man so sagen, und er hat auch vieles einfach nicht verstanden. Er ist nur zu eitel, sich überhaupt Gedanken drüber zu machen, ob er auch mal was falsch verstanden haben könnte und sich eventuell zu korrigieren. Und im Verkehrs, sorry. Geld ist da für Superabschreibungen, die er einführen möchte, er möchte den Steuertarif nochmal anpassen, sodass wohlhabende Menschen noch weniger Steuern zahlen im Vergleich. Das ist ja die Arbeit in der Mitte der Gesellschaft. Der klingt einfach genau wie Friedrich Merz 1998. 1998. Leipziger Programm der CDU 2004. Das war eine schöne Zeit. 2004, genau. Das war eine schöne Zeit. Genau. Ja, stimmt. Friedrich Merz, wir waren ein bisschen später. 2004. Ja. Genau so, genau so klingt das. Und keinen Schritt weiter, keinen Schritt weiterentwickelt. Gar nicht. Das Einzige, was er wieder hat, sind ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Ja. Nach der komischen Transparenz. War der auch in Ungarn? Deutsche Qualität, ungarischen Preis? Weiß man nicht so genau. Mutmaßlich. Oh Gott, alles justizierabel. Äh, nicht, dass er in deinem Slide noch. Ähm. Äh. Ja, aber das ist halt, denke ich mir so, what the fuck ist hier los? Also es ist halt, selbst diese Nummer mit dem Soli war ja ganz lustig, wo er seine Beamten dann zurückgefiffen hat, die ja irgendwie das verteidigen sollten von dem Bundesfinanzhof. Und das Bundesfinanzhof dann halt trotzdem mit dem Soli ist eigentlich okay. Also macht ja Sinn. So eine Einheit dauert ja auch ein bisschen, braucht noch ein paar Jahre. Und der Lindner war, der ist ja, der hat wahrscheinlich ein neues Keller, musste er auslegen mit seiner Wut. Echt. Und es kam so eine komplett verschnupfte Pressemitteilung. So, naja, das Urteil nehmen wir jetzt zur Kenntnis und wir warten dann auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das Bundesverfassungsgericht wird das vielleicht nicht mal annehmen, das Thema. Warte doch, wozu sollen wir da was groß sagen? Nee doch, die haben doch schon eine Verhandlung terminiert oder nicht? Ah, okay. Okay. Ich weiß es nicht, müssen wir es mal gucken, sagen wir einfach mal mutmaßlich. Er hat auch einfach überhaupt keinen Humor. Er ist total, also ja, ganz, ganz, ganz schlimmer Typ, finde ich, muss man wirklich sagen. Ich finde ihn auch ganz, weiß ich nicht, über Kubicki kann man immer noch lachen. Und da könnte man sich vorstellen, dass wenn man mit dem einfach saufen geht, wäre der Abend bestimmt lustig. Das stelle ich mir vor, also ich wollte gerade, also wahrscheinlich Kubicki ist ein wunderbarer Saufpartner. Also das kann er. Aber Christian Lindner, kennst du dieses, kennst du das von der Heute-Show, als die irgendwie, ach genau, diese Eröffnung des Energy-Terminals in McPom? Ja, da gibt es so Memes davon, wie Christian Lindner in gelber Warnjacke. Ja, genau, und dann gibt es, aber dann hier spricht da dieser, wie heißt denn dieser, nicht Lutz Thunder Horse, sondern sein Kompagnon, der aussieht wie Zwölf. Ja, genau, ich weiß nicht, wie du meinst, ich hab den Namen vergessen. Genau den, und der spricht dann mit Christian Lindner und spricht ihn an und sagt, hey Lindner, was machen sie hier denn? Gar nicht, gar nicht auf Sylt? Sind sie gar nicht, haben sie sich verflogen? Wollten sie nicht eigentlich nach Sylt? Und Christian Lindner steht da und grinst einfach nur. Also so richtig, also es sieht einfach komplett dumm aus. Man sieht, er hasst alles daran, er ist auch zu dumm, um noch einen lustigen Spruch zu machen, das kriegt er auch nicht hin und er versucht es mit so einem richtig, mit so einem richtig schlechten Grinsen alles zu überspielen. Das ist richtig und es geht sekundenlang awkward silence und ein grinsender Finanzminister, es ist wirklich alles daran, alles daran macht mir körperliche Schmerzen, wenn ich das sehe. Und jetzt, die FDP hat sich jetzt entschieden, sie geht jetzt komplett in den Kulturkampf rein, es gibt jetzt für die FDP zwei Themen, Schuldenbremse, Autos. Das Auto muss auf biegen und brechen, nee, das Verbrennerauto, explizit, das Verbrennerauto ist jetzt der heilige Grad der deutschen Nation, wenn das Verbrennerauto fällt, fällt die FDP, deswegen, das ist jetzt synonym, das ist unsere Mission. Das ist Freiheit, das ist genauso wie auf der Autobahn 390 fahren, das ist alles Freiheit, Dennis. Ich möchte 390 durch die fucking Friedrichstraße, um dort entspannt einkaufen zu gehen, das ist meine Freiheit. Schön zu parken, genau. Das Ding ist, die E-Fuels. Ja, es ist ja jetzt verschoben worden, die Abstimmung wird verschoben, denn Deutschland hat ja gesagt, ja pass mal auf, wenn ihr Verbrenner ab 2035 verbieten wollt, liebe EU, dann kriegt doch mal raus, was ist denn, also irgendein Prüfauftrag hatten die erteilt. Hat die Kommission nicht umgesetzt. Ja, ich muss nochmal zusammenzufassen, also der Vorschlag sagt ja vor, das ist ja nicht mal ein Verbrenner aus, sondern was die EU ja beschlossen hat, relativ technologieoffen, eigentlich für die FDP super, hat nur gesagt, ja der Flottenverbrauch muss bei 0 Gramm CO2 sein in dem Jahr. Wie das Industrie löst, ist uns egal, da steht ja nicht drin im Gesetz, dass es nur noch Elektro geht, da steht einfach nur 0 Gramm. Das ist sehr technologieoffen, das könnte der FDP gefallen. Ja, aber es ist halt, aber da merkst du halt, weißt du woher der Vorschlag kam damit? Aus der Renew Europa Fraktion, und das ist die liberale Fraktion, wo die sogar Memes gemacht haben, wie die bescheuerten Verbrennerjünger alle bekloppt seien. Wer hat dagegen gestimmt? Die deutschen FDP-Abgeordneten. Selbst eine eigene Fraktion ist mal komplett isoliert in Europa. Und es gab dann diesen Prüfauftrag, dass man halt wenigstens die E-Fuels vielleicht sagen kann, naja, für so große Fahrzeuge, Krankenwagen, Müllwagen, so städtische, kommunale Fahrzeuge, muss man grob zu finanzieren, zu passen, ob man vielleicht die noch irgendwo mit E-Fuels retten kann, weil Umrüstung teuer, die sind lange beschafft, whatever. Und ich kann das sogar, da möchte ich mich mal outen, ich kann das sogar verstehen. Ich kann das sogar verstehen, dass man das sagt. Das große Aber ist aber, und das muss man nennen, das nennt die FDP nie, es ist einfach dermaßen unrealistisch, dass das funktionieren wird. Und zwar völlig egal, was für Technologien wir noch entwickeln und wie geil das alles wird. Was du nämlich bei E-Fuels machen musst, ist, du musst irgendwie Primärenergie, hier Wind, Wind, Wasser, Strom, Sonnenstrom musst du dir kriegen, dann musst du aus diesem Strom, musst du dann aus dem Wasser vielleicht, aus der Luft dir irgendwie CO2 popeln oder was auch immer. Du machst Wasserstoff, genau. Und dann musst du das... Genau, und dann kannst du das irgendwie, dann machst du das über andere Prozesse, verlängerst du dann diese ganzen Moleküle und dann machst du daraus irgendwie so Alkohol... Erstmal machst du Wasserstoff, genau. Dann holst du CO2 aus der Atmosphäre und dann machst du da so lange Kohlenwasserstoffketten draus und so was, veredelst das dahin, bis du so ein E-Fuel hast. Und jetzt gehen wir gar nicht mal darauf ein, dass die meisten Verbrenner, die es jetzt gibt und auch, die es wahrscheinlich bis 2035 geben wird, überhaupt nicht mit 100% dieser E-Fuels laufen werden können, weil nämlich gar nicht so langkettige Dinger und so und so weiter... Das tun wir einfach so, als könnte man die zu 100% da reinschütten und dann läuft das. Dann hast du erstmal Strom aufgewendet und hast Wasserstoff gemacht. Dabei hast du immer einen gewissen Effizienzgrad, du hast immer einen Energieverlust, einen Reibungsverlust. Dann machst du die zweite Stufe, du bappst da so nochmal CO2 zusammen, da hast du schon wieder einen Effizienzverlust. Und dann packst du das in einen Verbrennungsmotor, der einen Wirkungsgrad von 30% hat. Das Auto, das du mit einem Verbrennungsmotor fährst, das beheizt die Umwelt mehr, als dass es dich nach vorne bringt. Ja. Es ist einfach ineffizient. Ja, und damit unwirtschaftlich. Und das ist auch, genau, das ist der Punkt, und damit unwirtschaftlich. Und deshalb ist es einfach, und das halte ich für Demokratie theoretisch auch komplett fragwürdig, deshalb ist es einfach auch eine Lüge der FDP, so zu tun, als könnte das die Rettung sein. Wenn das die Rettung wäre, E-Fuels gibt es ja heute schon, das einzige, was wohl nicht erlaubt, ist es quasi 100% E-Fuels, aber du darfst ja E-Fuels zumischen und die ganze Zeit. Wenn das ja so gut wäre, dann hätte das doch die Wirtschaft doch schon längst gemacht. Aber die bleiben auf ihren Shell und BP, bleiben auf ihren E-Fuels ja sitzen, die kauft ja keiner ab, weil die sau teuer sind. Das kaufen ja nur die Leute, die dazu irgendwie aus irgendeinem rechtlichen Gründen verpflichtet sind. Für die ist das angeboten, weil die quasi, denen kannst du das Geld abnehmen dafür. Ganz genau. Und das Einzige, was du machen kannst, oder was viel effizienter ist natürlich, den Strom einfach direkt in eine Batterie zu pumpen. Und dann hast du viel weniger Verluste und dann daraus das Auto antrenzulassen. Und wenn du unbedingt was haben willst, wie irgendwie so ein LKW, den du nicht, wo du nicht so riesen Batterien reinpacken willst, weil du auch vielleicht, weil das vielleicht ja auch wirklich tatsächlich ein bisschen fragwürdig ist, wie Batterien hergestellt werden und so. Wobei das jetzt besser wird. Ja, solange wir noch nicht auf diesen komischen Graphenbatterien unterwegs sind, ist alles ja irgendwie ein bisschen fragwürdig. Wenn wir jetzt hier Natrium-Batterien hier, das erste schienische Auto, billiger, funktioniert. In fünf Jahren werden wir gar nicht mehr mit Lithium-Akkus durch die Gegend fahren, sondern mit diesen Natrium-Dingsi-Batterien. Ja, gehobt wie gesprungen. Natrium musst du auch irgendwo aus der Erde buddeln. Das ist jetzt auch alles nicht so, ne? Das ist schon Eingriff in die Natur. Da ist ein fucking Salztreuer drin. Aber was ich nur sagen will ist, für diese Möglichkeiten kann man auch einfach, für diese Anwendungsfälle kann man auch einfach die Energie, die man gesammelt hat, eben einfach nur, macht man nur den ersten Schritt. Nämlich man baut die Scheiße in Wasserstoff um. Genau, und baut Wasserstoffmotoren ein. Genau, und baut Wasserstoffmotoren. Was sowieso gemacht werden muss, Wasserstoff in großem Stil produzieren, weil die Industrie irgendwie verfeuerbares Gas braucht. Ja, die müssen gerade von ihrem blauen Wasserstoff auf den grünen Wasserstoffkorb. Es ist einfach komplett, die lügen einfach, diese ganzen Dumpfbratzen, die sie damit ansprechen wollen, denen lügen sie einfach komplett ins Gesicht. Und das halte ich wirklich für fragwürdig. Und ich verstehe nicht, was die FDP da vorhat, was die umtreibt. Es ist eine Politik der Kurzfristigkeit. Man erhofft sich damit, die nächste Wahl zu retten und die nächsten Posten. Und die ganzen Leute denken einfach nicht, die denken ja nicht mal bis zur übernächsten Wahl. Wenn das noch wenigstens das wäre, wäre so ein bisschen, nee, das ist einfach nur, wie können wir schaffen, dass wir im nächsten Bundestag nicht rausgewählt werden. Das ist die einzige Logik, die dahinter steckt. Wie können wir dafür Sorge tragen, dass unser Parteiapparat nicht wieder ein zweites Mal zusammenfällt, wie nach Schwarz-Gelb. Wofür ich komplett was übrig hätte übrigens. Wer, wenn die sagen würden, pass mal auf, nee, E-Fuel soll schon mit drin sein, weil das soll auch für uns Net Zero-mäßig an den Start gehen. Das soll dann nachher der Markt regeln. Übrigens, es sieht so aus, als würde das sehr teuer werden und kein Sau braucht diesen Dreck. Aber wir wollen es drin behalten. Das fände ich nachvollziehbar, das ist eine Position, die man gut einnehmen kann. Ja. Aber die belügen halt diese, ja, ich will meinen 12-Ninder-Weih-Warn-Fraktion, belügen ja komplett. Und diese Sekte, dieses Auto, Verbrenner-Auto, das wirkt sich gerade auf alles, strahlt das hier ab. Wir haben ja eine Riesendiskussion gerade über diesen Deutschland-Takt, weil der, wie heißt der? Eine Sache möchte ich noch sagen, bevor du mit dem Deutschland-Takt anfängst und ich dann Gelegenheit habe, noch ein zweites Bier zu trinken, weil ich nicht zu Wort komme. Diese Verbrenner-Sekte, wie du sie nennst, hat sehr viel gemein, mit so Schusswaffen-Leuten. Ja. Denn man muss ehrlicherweise sagen, ich finde es auch geil. Ich finde es geil, wie so ein Sportwagen-Motor klingt. Ich finde die Technik auch geil. Ich finde auch, dass Benzin gut riecht. Ich finde es aber, dass ich weiß halt, dass das alles so niedere Instinkte sind und dass das halt irgendwie uncool ist. Genauso wie mit Waffenschießen bestimmt auch geil ist und Spaß macht. Wie man vielleicht weiß, wenn man schon mal mit einem Luftgewehr auf irgendwas geschossen hat oder bei so Schützenvereinen mal so bei irgendwelchen, was weiß ich, Preisschießen mitgemacht hat oder so. Ist schön, macht Spaß, und man sollte sich aber bewusst sein, dass das totaler Käse ist. Irgendwie finde ich das sehr stark vergleichbar. Und was dem Ami seinen Revolver, ist halt dem Helmut, sein Sechszylinder. Am besten noch manuell, weil man nicht in der Schraubkiste wühlen möchte den ganzen Tag. Weil das sonst kein Fahrspaß macht. Ja, genau. Das ist Fahrspaß, wenn man in der Stadt im Stop and Go steht. Ich stehe nicht vom Ersten in den Zweiten, in den Zweiten, in den Ersten, in den Zweiten, in den Ersten. Nee, ständig einfach nur anfahren muss und die Kupplung verschleißt. Ja. Oh ja, also, da sind wir kurz bei der Fahrschule wieder. Also, ich persönlich habe das Fahrschulauto wahrscheinlich geruiniert mit meinem Rumgekupple. Schon jetzt schon. Bin ich mir sehr fest überzeugt von. Boah, was für ein dummes Ding eigentlich. Nee, aber unter diesem Ganzen wird einfach gerade alles zementiert. Wir haben jetzt diesen großen Konflikt. Wir müssen ganz viel Eisenbahninfrastruktur bauen. Es gibt einerseits das politische Ziel bei der Doppelung der Fahrgastzahlen. Zweitens haben wir eine Klimakrise. Wir wollen die Leute von dem Auto wegbekommen und zu mehr, wie es so schön modern heißt, Shared Mobility so hinbekommen. Und die Eisenbahn ist das perfekte Verkehrsmittel seit 150 Jahren dafür, ganz viele Leute von A nach B zu bekommen. Pünktlich sicher. Und der Kaiser wusste es. Und das müssen wir jetzt massiv ausbauen. Es gab diese schöne Idee des Deutschland-Taktes, weil du möchtest, Was ist das denn überhaupt, Dennis? Erklär das doch mal. Man liest jetzt überall Deutschland-Takte, aber was ist das? Was steckt dahinter, Dennis? Was macht das mit dir? Dahinter steckt der integrale Taktfahrplan. Der integrale Taktfahrplan sagt, dass du Knoten hast. Und im Prinzip ist es so ein bisschen so, du kommst zum Beispiel, wir haben den Bahnhof A und das ist ein Knoten zur Minute Null. Das heißt, alle Züge aus so allen Verkehrsrichtungen kommen so ein paar Minuten vor Null an. Dann kannst du da umsteigen, wechseln, whatever, und nach Null fahren die Züge wieder los. Das ist ein integraler Taktfahrplan. Dass du quasi so Knoten hast, wo Verbindungen so gelegt werden, dass du kurze Umsteigeverbindungen hast, also zeitlich kurze Umsteigeverbindungen, die stabil sind und dass du von Knoten zu Knoten fahren kannst. Das ist der integrale Taktfahrplan. Die Schweiz zieht das seit ihrem Bahn-2000-Projekt so richtig durch. Die haben da quasi alles, die ganze Verkehrsrichtungen darauf ausgelegt. Und wenn dafür notwendig war, für zwei Minuten, um quasi zwei Minuten rauszuholen, damit ein Knoten stabil ist, dass eine Verbindung möglich ist, haben die Hunderte von Millionen von Franken in den Boden gesetzt, um da zwei Minuten rauszuholen. So wichtig war das. Weil das dafür sorgt, das merkst du in der Schweiz, wie bequem und entspannt du da durch die Gegend fahren kannst, du hast keine Anschlussangst. Selbst wenn eine halbe Stunde später kommt der nächste Zug, who cares, Anschlüsse funktionieren, du kannst es denken. Das ist der integrale Taktfahrplan. Das Ganze heißt in Deutschland Takt, Deutschland Takt. Es gab mehrere Gutachterentwürfe, es gibt jetzt einen finalen Gutachterentwurf mit einem quasi Zielfahrplan und der Zielfahrplan definiert halt, wo die Knotenpunkte sind, was sind so die Verbindungen, halbstündlich dahin, du kannst quasi, Berlin ist zum Beispiel ein Vollknoten, das ist alle 15 Minuten passiert irgendwas. Du hast andere Knoten, die zum Minute 15, was sind das alles schön definiert. Daraus abgeleitet ist einmal, was brauchen wir an Fahrzeugen, müssen wir kaufen, um das zu erreichen, weil für bestimmte Schrecken sind 300 kmh notwendig, deswegen brauchen wir auch 300 kmh Fahrzeuge, von denen wir gerade zu wenig haben. Und da drin ist auch eine Infrastrukturliste definiert, zu sagen, okay, wo müssen wir überall ausbauen, dass wir diese Verbindungen halten, dass wir zum Beispiel von, weiß nicht, von Hannover nach Hamm in der Zeit kommen, dass beide Knoten funktionieren. Da müssen wir da irgendwie plötzlich zwölf Minuten rausholen. Und das ist in dieser Infrastrukturliste definiert. Die Infrastrukturliste hat einen Wert von ungefähr 55 Milliarden Euro, was wir machen müssten, um diesen Deutschland Takt umzusetzen. Außerdem gab es das große End- und Zieldatum Deutschland-Takt Dezember, großer Fahrplanwechsel Dezember 2030. Dann sollte der Deutschland-Takt in den Start gehen. Das war das politische Versprechen zumindest der Vorgängerregierung. Dass dieses Datum nicht zu halten war, war eigentlich allen klar, deswegen ist das nicht so schlimm. Nur, jetzt gab es eine ZDF-Doku, wo sich der Staatssekretär der FDP im Bundesverkehrsministerium, der Michael Thorna, gesagt hat, naja, das ist ja so ein Projekt über die nächsten 50 Jahre. Und wollte sich irgendwie nicht sagen, und es ist 2030, ja, das wird schwierig, wir müssen ja erstmal hier Generalsanierung und überhaupt und Geld, bla 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 bla. daraus hat das ZDF natürlich gemacht, vielleicht ein bisschen populistisch, ja, Deutschland-Takt auch 2070 verschoben. 2070, das ist wirklich weithin. Das ist, da ist Volker Wissing 100 Jahre alt. Das ist, da bin ich, da werde ich schon Rente beziehen, hoffentlich, 2070. Es wäre richtig traurig. Du hast ja auch Volker Wissing gestern ein langes und gesundes Leben gewünscht, dass er den Deutschland-Takt noch erleben kann. Ich glaube, der nimmt sich einfach einen Tag vorher das Leben. Ich glaube, der will das gar nicht sehen. Oh Gott, oh Gott, jetzt haben die Kommunisten gewonnen und schraubt sich die Kugel ins Hirn. Konsequenterweise müsste man jetzt, so wie die Schweiz, in so einen Modus kommen des ständigen Bauens. Es gibt in der Wikipedia diese Liste der Schweizer Bahnprojekte und die denken immer in so 10 bis 15 Jahren und sagen so, ja, jetzt hatten wir Bahn 2000, dann gab es, gerade sind sie in der Need-Phase, also der Near oder irgendwie Alpentraversen-Gedöns-Gelaber-Geschiss. Auf jeden Fall bauen die ständig auf. Irgendwann haben sie ihre Bauindustrie auch darauf ausgelegt. Die haben einfach Kapazitäten, sie sind ständig im Bauern, es gibt eine Vorplanung, es ist schon klar, welche Projekte in diesem Zeitraum kommen, es gibt schon eine Grobplanung für den Zeitraum darauf. Bis 2045 wissen sie, was sie ungefähr machen wollen. Entsprechend kann da auch die Industrie, Maschinen, Personal, alles was man so braucht, einfach auch vorhalten. Weil du kannst ja keinem Bauunternehmer der freien Wirtschaft sagen, weißt du was, stell jetzt irgendwie tausende von Mitarbeitern an, kauf diese Spezialmaschinen, wenn er rauskommt, nee, wir bauen aber auch gar nichts. Das ist ein großes Wehklagen der Bauindustrie gerade, dass sie halt nicht planen können mit dem Scheiß. Und anstatt jetzt in diesen Modus zu kommen, weißt du was, wir haben folgende Projekte, das sind unsere 55 Milliarden, die holen wir uns jetzt, packen wir, oder holen wir, weiß nicht, 70 Milliarden, gründen eine Infrastrukturgesellschaft, deren einziges Ziel ist, in den nächsten 10 Jahren die Deutschland-Taktprojekte umzusetzen. Man hat ja auch 100 Milliarden für die Bundeswehr gefunden, ne? Wirkt. Das ist vor allem, das ist billiges Geld. Das investieren wir nicht, irgendwie, weiß ich nicht, in Kinder oder so, so Gedönsthemen, sondern das wird in Beton gegossen. Weißt du, wie die ganzen Versicherungsgesellschaft, die lieben Betongeld, die würden uns diese Anteilsscheine aus den Händen reißen, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Propon 1, 2, 3 Prozent stehen, Zinsen. Das Geld hätten wir innerhalb von Tagen zusammen als Schattenhaushalt, als sogar nach Schattenhaushalt. Aber nein, die FDP, keine Schattenhaushalte mehr, keine Schuldenbremse und das wird jetzt alles, alles weggeworfen. Da hast du gleichzeitig so Typen wie diesen Frank Schäffler, der komplett einfach durchgedreht ist. Das ist by the way der Typ, der hier mit den ganzen Euro-Rettungspaketen immer ständig geklagt hat und komplett wahnsinnig ist. Der hat noch ein ganz persönliches Pet-Pief, der will dieses Neubauprojekt Hannover-Hamm-Bielefeld verhindern und hat ja schon gesagt, nee, wir haben gar kein Geld für Neubaustrecken, lass mal, wir müssen erstmal die Kapazität jetzt erhöhen durch Digitalisierung und so Bullshit. Ah! Ich dachte, Infrastruktur ist so wichtig. Ich dachte, Infrastruktur ist total wichtig. Aber es hat kein Asphalt, fahren keine E-Fuels drauf. Ja, und jetzt quasi... Die FDP ist wirklich, muss man wirklich sagen, die FDP ist so eine groteske Witzpartei. Absurde Scheiße, die die abziehen. Komplett bescheuert. Vor allem von vorne bis hinten. Da heißt, ich sehe kein einziges, selbst Buschmann dreht langsam durch und will Videoaufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen irgendwie durchbrennen. Keine Ahnung. Kein einziger, das ist kein einziger Funke Hoffnung. Einfach nur Gaga. Ideologiegetriebene rechte Identitätspolitik. Überall. Jetzt wird das halt erpresst, weil die Grünen sagen halt zu Recht, unser Primo sollte halt jetzt Schiene sein und der Halt der Autoinfrastruktur. Die Grünen sagen ja nicht mal, reißt alle Autobahnen ab, sondern die Grünen sagen so, nee, weißt du was, wir müssen jetzt keine neuen Autobahnen bauen, wir sollten die sehr gut in Schuss halten. Wir haben einfach einen riesen Rückstau, müssen irgendwie hunderte von Autobahnbrücken mal ersetzen. Da ist das Geld sehr, sehr gut investiert. Wir müssen ja die Infrastruktur erhalten, die wir haben, weil die haben wir mit teuer Geld schon gebaut. Aber die FDP nicht. Wir müssen neue Autobahnen bauen, neue Autobahnen, 100, den ganzen Scheiß. Und jetzt erpresst die sich jetzt irgendwie bei dieser ganzen Nummer, der erste Koalitionsausschuss wurde schon wieder verschoben. Oh, es ist so zum Kotzen. Anstatt man einfach in so einen Modus zu kommen und sagt, okay, wir müssen einfach kontinuierlich unsere Verkehrsinfrastruktur ausbauen, damit wir a, die Kapazitäten in der Verwaltung haben. Da müssen in der Verwaltung ja Leute sitzen, die sowas planen können, die was betreuen können. Das müssen wir ja alles aufbauen. Und das muss ja auch erhalten bleiben. Wir können ja nicht immer ständig irgendwelche neuen Projekte ausschreiben, wo wir keine Ahnung haben und niemand in der Verwaltung das auch kontrollieren kann. Industrie fährt das komplett gegen gewarnt und dann haben wir diese Bauskandale. Nein, wir brauchen das Wissen in der Verwaltung. Wir brauchen die Kapazitäten in der fucking Bauindustrie, weil solange der Stadt nicht selber bauen möchte, muss das ja irgendjemand tun. Das heißt, da müssen dann genug Leute sein. Das muss ja auch erstmal jetzt ausgebildet werden, herangeschafft werden, die ganzen Maschinen gekauft werden, whatever. Und es muss einfach eine kontinuierendliche Planung geben, dass du immer wieder, dass du einfach so hast, so, das bauen wir in den nächsten zehn Jahren. Das planen wir für die zehn Jahre drauf und das könnten wir uns vorstellen für die zehn Jahre darauf. So musst du die ganze Zeit denken, wie die Schweiz. Immer wieder in diesen Phasen, in allen Bereichen, so ständig am Bauen sein, ständig am Auswerten, ersetzen, neu bauen, warten, whatever. Dass du alles dieses Vorhalten kannst, dieses Wissen, die Kapazitäten, alles. So in so einen Modus muss man so kommen. Nein, stattdessen ist das so ein bisschen, da ja mal ein paar Sondermilliarden, da müssen was so gucken, da dröpft sich Töpfe. Ah ja, weißt du was, machen wir einen Sondertopf für, weil wir müssen jetzt so barrierefrei werden. Keiner weiß Bescheid. Dann kommt diese Jährlichkeit, weil Haushälter, also noch schlimmere Leute sind als whatever. Echt zu, ahhhh. Wir könnten so viel besser sein. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Dennis. Wir könnten so viel besser sein. Ich habe noch andere Sachen auf dem Zettel, aber das passt irgendwie nicht zu dieser wunderbaren, aufgeregten Rumschrei-Folge, die wir heute aufgenommen haben. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr das ausgehalten habt und wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne in den sozialen Medien folgen, Dennis. Wo geht das denn? Add Anycast auf Twitter und auf Mastodon sind wir auch, aber das ist ja nicht mehr im Trend. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in Form von, also Dennis sammelt ja immer noch Kühlschränke, die ihr an die Adresse im Impressum sammeln könnt oder aber auch kleinere Geldzuwendungen, keine Spenden. Impulsausgleiche. Keine Spenden. Impulsausgleiche, genau. Dann könnt ihr, wie ihr das machen könnt, Das ist kostenloses Pay-Podcasting hier. Free-Pay-Podcasting. Ja. Die Infos dazu findet ihr auf anycar.st slash unterstützen. Und haben wir noch irgendwas zu sagen? Nö. Wir melden uns wieder. Hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger. Wir hören voneinander. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020